Yeah, was geht ab? Mein Name ist Erzuremo Romero. Wir sind im Studio, treffen die letzten Vorbereitungen, die Mische läuft und so. Oh, scheiße, du präsentierst schon gute Sachen, Alter. Ist das so voll am Ende? Wo ist das? Ja, die sind auf jeden Fall voll drin in der Materie und so. Und da kommt was auf euch zu, Alter. Ich sag nur, 21.12.2012, Leute, gebt euch das.